Hey Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Command und zwar habe ich euch diese Woche wieder mal einen sehr geilen Command rausgesucht und zwar wie ihr im Thumbnail oder oder und im Titel sehen könnt geht es heute um Minions ich denke ihr kennt Minions wenn man ein normaler Mensch ist kann man nicht nicht wissen was Minions sind wenn man die anderen irgendwo sieht auf jeden Fall sind das so kleine gelbe Männchen aus dem Film ich unverbesserlich und da gibt es auch einen eigenen Film von denen und zwar ja letzte Woche kam kein Video weil es waren Ferien in Bayern es war schönes Wetter und irgendwie hatte ich keinen Bock aufzunehmen dann hatte ich auch nicht wirklich Zeit und ja jetzt kommt halt wieder jetzt die Woche eins auch wieder verspätet weil ich am Dienstag keine Zeit hatte zum aufnehmen aber ich lade jetzt ich versuche konstant hochzuladen jeden Mittwoch so das kommt jetzt wahrscheinlich am Freitag müsste es kommen denke ich und ja ich habe hier Specs Texture Pack drin mit 3D Textur und deswegen sehen die Kaktusse so rund aus ich haue euch den Link mal unten in die Beschreibung sieht nämlich eigentlich voll geil aus weil das sehr die ganzen Sachen 3D macht auch Items und so Zeug das gerade vielleicht aber so ist ganz cool so dann hätte ich gesagt fang mal aber erst mal an mit einem Komma äh das ist ja schon Command Block äh gif fp äh und dash Block für alle die das wissen so kriegt man wieder mal einen Komplar-Block nennen wir uns wieder einen Redstone Aktivierungsteilenskrippens ein Hebel halt und fügen den Command an ihr seht schon der ist wieder ewig lang ich glaube 8000 Zeichen ich bin mir nicht sicher auf jeden Fall sehr lang so ruckelt kurz und äh jetzt bildet sich hier ein Ding seht schon die Maschine so die Command Maschine ist schon wieder ein bisschen sehr groß der Command Module oh ist installiert ja und wer dacht ist wieder mal bei Mr. McGarretto muss sagen der Typ macht sehr geile Commands und vor allem hat der auch so viele und macht so viele und ist kreativ der Typ muss ich sagen ähm ja jetzt haben wir hier dieses Ding und sonst wissen wir nicht ganz genau was wir machen müssen als erstes brauchen wir mal eine Loonroute äh ein Redstone Fuckle eine Stone äh nicht so eine Stone ich muss meine Minecraft auf Englisch denn ich habe früher so viel auf Englisch gespielt ich habe gar keine Ahnung mehr wie alles auf Deutsch heißt einen Zaun die vier Teile brauchen wir jetzt um unsere Minions zu machen als erstes müssen wir erstmal unseren Zaun hinschmeißen und unseren äh äh unsere Stone Slap und dann kriegen wir einen Mini Armor Stand raus wenn wir den platzieren ist er so groß normalerweise hat man nur einen der verschwindet dann bei der Credit dann nehmen wir noch unsere Redstone Fuckle und unsere Loonroute und jetzt haben wir einen Minion Staff den schmeißen wir jetzt auf den Baby Rüstungsständer Dings und bumm wird ein Minion raus und manchmal versch- ach ja bei der Typ und das bin gerade irritiert weil normalerweise öffnet sich jetzt sein Inventar aber ich weiß nicht vielleicht geht es auch nur im Server nein irgendwie nicht ich bin sehr irritiert weil normalerweise müsste sich sein Inventar öffnen aber das tut er es nicht ich glaub der verarscht mich wirst du mich verarschen? naja jetzt haben wir beides wieder willkommen wir dürfen das Ding rein und normalerweise droppt der das Teil du musst schnell hinrennen weil der Typ hebt es auf und weiß ich öffnet sich sein Inventar öffnet sich jetzt auf und dann kriegt man sein Mini äh May ich hab's noch mit deutsch gerade echt Minion Staff seht schon das ist Minion Kopf und halt blaue Rüstung und wenn wir jetzt zum Beispiel seine erste Fähigkeit ist wenn wir jetzt rechts wir müssen immer rechts klicken mit dem Teil auf dem Boden machen dann steht Follow You heißt der Typ folgt mir jetzt wohin ich will ja und hüpft auch hoch äh Blöcke und sowas also er kann auch hüpfen sieht echt süß aus und wenn man jetzt mehrere Minions macht ah ne ist jetzt ein Stück mal drücken wenn man jetzt mehrere macht und dann den Staff reinschmeißt dann ist der Staff immer mit dem Minion verbunden ich hab's vorhin mal ausprobiert es funktioniert dann immer nur mit dem Staff bei dem Minion muss man halt wissen welcher welcher ist vielleicht kann man die Füge nennen aber ich weiß nicht ob es dann noch funktioniert auf jeden Fall ist das B jetzt ganz cool er läuft dann hinterher wenn man dann nochmal rechts klicken macht dann folgt er dir und hebt die Sachen auf die du hinschmeißt weil vorher hebt ihr die nicht auf wenn du sie jetzt hinschmeißt du habt's ja gesehen hat aufgucken wenn wir jetzt hier mal hingehen ah jetzt hab ich selber aufgucken hier heb auf dann stellen wir uns in ihn rein und machen rechts klick und dann haben wir das rohe Fleisch und den Rüstungsständer wieder dann die nächste Fähigkeit von ihm ist er macht eine Treppe nach unten mhm hallo es dauert jetzt ein bisschen mhm mhm wir können ja den mal machen lassen und holen uns dabei noch einen und sind dann wieder schnell im Game Mode nein eins so äh äh wieder eine Redstone ein stein 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 stu ich hasse das auf Deutsch das ist nochmal eine Lohenroute und äh eine Sound so so wieder Minion Dings dann sowieso die da äh das welcher war jetzt wird der da gut ja machen wir den Follow oder gibt es jetzt für Beute hier alles gut Follow you und Pick up Items und äh Dick Nope und jetzt Pick up Items das heißt er steht da und wenn ich jetzt zum Beispiel das Fleisch reinschmeiße dann ist er wie ein Trichter also der ist wie ein Trichter nimmt einfach die Teile auf muss man sich wieder in den rein stellen und warten bis er das öffnet oder weiß auch nicht geht weil der Typ in die Flöcken steht so hallo hallo oder auch nicht brauche ich den Minions dafür nein er verarscht uns also die Minions entweder sie sind verpackt ok also letztes Mal hat er eine Treppe nach unten gebaut ich weiß nicht was er jetzt macht aber egal ganz schnell Müll wir halten da so gehen wir mal zu dem der da runter geht er macht sowas wie eine Treppe aber erst am Video wie sowas da egal auf jeden Fall wenn wir jetzt wieder rechtsklick machen dann pick up er Items und alles was er gemeint hat das funktioniert ah follow nope stand still nope follow kannst du hoch ja und er klettert äh Dingenskirren zu hoch ähm Wände und alles was nicht mehr in sein Inventar passt also er sammelt alles auf was er dickt also dickt fuck das klingt ein bisschen schwul ähm alles was er äh meint landet in seinem Inventar heißt wir können jetzt wieder in den Reinstein theoretisch warum auch immer das jetzt äh ich bin so blöd ich hab's vorhin gesagt gell ähm game mode 0 vielleicht ne er hat auch funktioniert ich bin irritiert was der Typ von mir will so geht die nicht geht das nur wenn man auf nein nein hör auf zu Dingen ich brauch nein ich will einfach nur stand still man kann also es ist ein bisschen verbuggt oder ich bin grad einfach nur zu blöd stellt sich in ihn rein und kriegt theoretisch sein Inventar weil sich das dann öffnet so wo man drin steht aber das macht's grad nicht auf jeden Fall sammelt der alle Items die er fallen lässt äh aufsammelt und wenn sein Inventar voll ist bleiben die Teile eben da liegen so das ist ja die nächste Fähigkeit äh pick up folgen hatten wir schon ähm und zwar kann er jetzt äh pick up nein nein place torches heißt er läuft aber jetzt hinterher seht ihr läuft mir immer noch hinterher aber er platziert dabei torches aber jetzt noch nicht weil er braucht äh sowas wie wie sagt man Sprit halt aber in dem Fall halt Kohle Kohle wo waren Kohle ich hab schon wieder keine Ahnung äh muss mal wieder öfters Minecraft spielen merk ich wir nehmen Kohle und zwar ist bei ihm wenn man ihm eine Kohle gibt sind es vier Fackeln eine Kohle ist vier Fackeln also wie wenn man es jetzt mit Sticks stickies craften würde und dann hat er vier Fackeln und dann läuft er dir hinterher und platziert in einem wenn in einem Radius von sechs Blöcken um ihn rum keine Fackeln mehr sind dann platziert er wieder eine und das ist verdammt praktisch wenn man jetzt zum Beispiel in einer Höhle ist grad meint und dann einfach mal Licht braucht ich hab jetzt bloß hier grad keine Höhle außer das was der da vorne gemacht hat und dann kann man den hier einfach ein paar Fackeln platzieren lassen das ist super praktisch allein schon weil es nur Kohle kostet sparen wir natürlich mal die Stickies und man muss nicht selber platzieren ah da ist eine Höhle genau und nein da super man sieht halt den Namen dann weiß man wo sie stehen wo ist er jetzt wo ist er der fliegt doch so runter wie so ein Huhn wenn er nicht kaputt geht soo wo wollen wir denn dran da wollen wir lang in den Comments mit bestimmt ich hab dann aber schon genug Torches geht ja ne anscheinend nicht auf jeden Fall seht ihr er platziert jetzt äh Fackelgrosser und zwar ja bringt das eigentlich nur bei meinen ich find den Typen die Typen sind ziemlich cool weil ich hab das Gefühl es bringt nicht mehr vier Torches in der Beschreibung stand dass er vier Torches bringt also irgendwie die Beschreibung ist veraltet hab ich das Gefühl weil der Typ das hat er jetzt nicht überall eine platziert er hat jetzt nur zwei platziert wusste er überhaupt ne ok scheint erst vormitsgegangen wieso auch immer egal wenn wir den noch theoretisch also der sitzt auch weg ne der ist da dann bräuchte ich dann im Ventar mein Freund oder ich muss schon wieder machen naja auf jeden Fall die letzte Fähigkeit die die noch können das kann ich ja so zeigen ah ne da ist er ja gut er platziert Torches wenn ich jetzt nochmal rechtsklick mach dann steht er einfach still heißt ich kann Items auf ihn werfen er ne hebt sie nicht auf und so weiter und so fort er steht einfach nur als Dekoder dann kann man sich in sein Haus stellen und dann immer aktivieren wenn man einen braucht also wenn man ihn jetzt nicht mehr will dann lässt man ihn einfach stehen man kann ihn jetzt nicht also man kann ihn zerstören indem man drauf rumhämmert so ich denke normal dann kriegst du halt nur einen Rüstungsständer raus aber man kann ihn auch einfach stehen lassen so wie den da geht das jetzt halt ja geht sogar gut also man kann die auch so manövrieren aber ich glaub immer nur einen auf einmal die anderen machen dann immer das weiter und ja dann war's dann war's das eigentlich schon wieder wenn's euch gefallen hat lasst einen Daumen nach oben da es war jetzt ein bisschen verplant aber naja passt los ich wollte euch den Mod zeigen weil ich ihn sehr geil fand ich werde jetzt jeder jeden Witz auf was hochladen und ja wenn ihr euch fragt warum ich ohne Optifine spiele das hat irgendwie funktioniert nicht so ganz mit dem Shader und ich frage mich gar nicht warum das auch so es hat irgendwie seit der neuesten Version irgendwie einen Bug mit dem Shader und es funktioniert dann noch mit allen älteren ich kapier's irgendwie nicht warum auf jeden Fall ist dann die ganze Schrift im Menü und alles aus Lava und Wasser und da kann man nicht so viel mit machen also bei Craft & Terminal ich mach's so bei Craft & Terminal der Link ist auch wieder in der Beschreibung und leck mich am Arsch ich will keine Nacht ähm ja wenn's ihr den zieht wollt mei das ist jetzt nicht so hochspannend hier ist eigentlich nix großartiges ich hoffe aber sieht nichts aus als wäre hier irgendwas spannend das ist auch so eine coole Wüstenlandschaft oh das Biom ist gar nicht mehr uuuh sieht nichts aus als wäre hier noch irgendwo ein Dorf oder so aber sieht ganz cool aus äh wenn ihr den sieht wollt slash sieht dann habt ihr den da ist der sieht ich hau ihn euch auch noch in die Beschreibung und dann wenn es euch gefallen lasst einen Daumen nach oben da oder ein Abo ich würd mich sehr freuen wenn ihr öfters auf meinem Kanal vorbeischauen würdet und dann bis zum nächsten Mal